Ja, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Trash Akania, a Gothic Fail. Oh Gott, ähm, ja, es ist ätzend warm, das Wetter ist total zum Kotzen und da hab ich mir gedacht, komm, wenn alles andere auch zum Kotzen ist, dann holst du dir doch was echt Ätzendes zum Spielen. Und was wäre da besser als Akania? Ja, beim letzten Mal haben wir herausgefunden, dass wenn wir, ähm, sag schon, dass wenn wir Heiltrinke kaufen wollen in dieser Stadt, dass wir erstmal die Quest von Leboras erledigen müssen. Also, was machen wir? Richtig, wir gehen jetzt kurz die Quest von Leboras erledigen. Klang einfach, nämlich Lurker kloppen. Warum nicht? Dazu nehmen wir jetzt hier unseren komischen Blitzzauber wieder raus. Äh, boah, ich schwitze so sehr. Puh, krass. Geben denen alle eine Prise davon, packen dann den Feuerzauber aus, der nämlich ganz viel Schaden macht. Und dann erledigen wir einfach so. Also, mittlerweile können wir auch mit der Magie gut kämpfen und unsere Mana-Reck ist dementsprechend, dass wir gleich im nächsten Fight genug Mana wieder zur Verfügung haben. Das ist eigentlich ganz cool. Das ist eigentlich ganz cool. Okay. So, das soll reichen. Wunderschön. Gott, ist mir warm. Scheiße, okay. Aber es passt irgendwie zu diesen Sümpfen, dass es mir warm ist. Denn ich glaube hier, unserem Helden ist es auch ganz schön warm. Während er an so kleinen Stümpfchen stecken bleibt. Das ist so traurig. Hey, 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 was gibt's? Hey, warum sollte ich... Ich mach... Sagt der... Hey, na... Nee, das machen wir ganz bestimmt nicht. Das ist eh wieder nur Verarschung. Oh Gott. Jetzt bin ich hier irgendwo unterm Steg. Geile Kamerafahrt übrigens. Zur Kamerasicht. So, wo ist denn hier? Leboras war doch hier irgendwo am Eingang, oder? Ich will mit dem quatschen. Der soll nicht... Zulassen. Ich will... Ich brauch Heiltränke. Äh... Leboras. Beihändler Baron. Was ist das? Oh, bei dem kann ich einfach so Heiltränke kaufen. Was ist denn hier? Verkaufen wir mal alles. Brauchen wir eh nicht. Ach, fuck, den Zwergherrack hätten wir vielleicht behalten sollen. Ähm... Waffen können alle weg. Oh, ich kann den Schäferstab nicht verkaufen. Und die... Ach, Leute, mach ich da auch nicht, ey. Wir kämpfen eh nur mit Bolzen. Egal, dann kriegen wir halt eine Menge Gold zusammen, dass wir nie gebrochen werden. Außer vielleicht für Heiltränke. Sonstiges... Ach so, nee, sonstiges ist mir jetzt zu doof. Schriftstücke. Beihalten wir alle. So. Gut. Haben wir Heiltränke nicht erstmal ein bisschen ausgesorgt. Ähm... So, das ist unsere geringe Heiltränke. Ein Jahrhundertlebensenergie sollte auch reichen. Bei unserer, äh... Fast nicht vorhandenen Masse an Lebensenergie. Also wirklich viel aushalten tun wir ja nicht. Aber wir sind halt ein... Mage-Fernkampf. Was auch immer. Und... Suchen den, äh, komischen Typ. Dürfen hier natürlich wieder... ...klauen, was sehr schön ist. Klauen tun wir ja wie... Hallo, Aspirant. Hi. Yeah, Level Up. Äh, nee, K. Ja, komm, jetzt gehen wir das einfach hoch. Was bringt das? 50, 30% Schaden. Okay, ich glaub, das lassen wir auch einfach mal auf dem Level. Das ist alles, was ich für Wernkampf haben will. Den Rest steck ich jetzt auf mein Feuer. Ja, ich denk, so mach ich statt. Boah, wie sick das ist, ey. Das ist nice gemacht hier oben. Was muss ich ja sagen. Jetzt hier ein Alter. Geil. Wo ist der Typ, ist der hier drin? Das ist der Medarion. Sieht gut aus. Du bist mehr Medarion. Der bin ich. Was führt dich zu mir, Fremder? Ich muss w- Warum? Au. Dein. I. I. Es. W- So, was muss ich jetzt machen? Das hab ich wieder nicht mitgekriegt. Sehr gut. Warum des Wissens? Wo ist denn der Warum des Wissens? Rede mit Kardamos, okay. Mach ich doch. Leben gern. Sterb ich dabei? Natürlich nicht. Ein Kardamos. Ja. Nicht. Was. Im. Hier. Wo. Letzter. Vielleicht wurde der Nebel vom Schrein aufrechterhalten und es war nur eine Frage der Zeit. Äh. Vielleicht wurde der Nebel vom Schrein aufrechterhalten und es war nur eine Frage der Zeit. Das war nur eine Frage. Achso, jetzt bin ich auf dem Bach von der Hütte. Schätze, Vultus hat zum letzten Mal Mist gebaut. Was ist hier? Was ist hier? Ja. Hi, Karius. Was ist hier? Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der tot ist. Boah, der Ring war gut. Der Ring war ziemlich gut. Der jetzige Ring, was bringt der? Na, nein, jetzt ist der Punkt schon mal mehr. Jetzt? Achso. Tod. Oh, ihr Götter. Was muss ich jetzt machen? Achso, die Läuferklage ist jetzt da unten. Ich würde mich da auch unterspringen, bin ich wirklich tot. Gell, ich liebe. Oh, nice. Das war's. Oh, nice. Ach ja. Hallo, Leboas. Hier hast du die Lörker-Eier. Und du, mein Freund, hast... Mein Fechtschild. Da kommt einer von der Bruderschaft. Ich benutze nie Schilde. Was kann das Fechtschild? Wow, das ist richtig scheiße. Der Mann mit den vielen Freunden hieß die Quest. Im Südosten von Tosho, okay. Gedeutet irgendwo... Hier ist der Tempel. Ach, den Weg wahrscheinlich lang. Ist das nicht... Ist der Weg da hinten, den gehen wir einfach mal lang. Hoffnung dann zulässt, dass Hütte zu kommen. Da sieht gut aus. Da ist was nächster. Wunderschön. Ach, jetzt kommen wir die... Hallo, Bürger. Noch ein Bürger. Ach so, da hinten ist du zuerst. Okay, ich muss sagen, diese Sumpfgegen, die gefällt mir, aber... Die ist cool. Aber ich... Weiß nicht. Also entweder finde ich Sumpf, oder entweder finde ich die ganz schrecklich. Ich finde sie ziemlich cool. Boah, der hat was. Was machst du hier? Hallo, Mitten. Ich suche Lester. Gute Frage. Ich mache mir... Ihr seht es... Ja. Oh. Ich... Warum... Lord... Wenn... Du... Okay. Was macht der jetzt? Der hat eine süchtige Pose. Könnten wir später reden? Ich muss nachdenken. Hä? Auf der Map. Okay. Ach so, wir gehen jetzt einfach ins nächste Gebiet, ey. Wie lame. Und das einfach nur mit ein bisschen Sumpfkraut. Ich glaube, das wäre mir aber auch so aufgefallen, wenn er überall Sumpfkraut am Boden belegen hätte. Aber ja gut, das kostet typische Kloster ist natürlich auch so. Und damit hatte ich auch fest gerechnet. Kloster fand ich eigentlich immer cool. Immerhin, ey. Das sieht mal anders aus als sonst, ne? Also hier so steile Küstenregion. So, da haben wir dieses Ladescreen-Bild. Das erinnert jetzt irgendwie so ein bisschen an, äh, Myrthana, den Anfang, in Gothic 3, da, diese kommenden Steilküsten. Wo man auch so ewig halt runterfallen konnte. Ach, und hier ist ne Hülle. Okay. Ach so, nach der Hülle komm ich dann da oben raus. Okay. Okay. Wir kämpfen gegen den Orks auch mal was. Ich trinke mal grad einen Schluck. Boah, unerträglich warm. 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 Hä? Aber da kann ich gar nicht lang gehen. Ach, das ist der Weg, der vorher da war, ne? Gott, ey. Gott, ey. Gott, ey. Gott, ey. Ach, jetzt bin ich hier, okay. Hätte ich mir denken können, dass ich den ganz großen Weg außen rumlaufen muss, ne? Das hätte ich mir ja wirklich denken können. Warum sollte man das dem Spiel auch einfach machen? Oh toll, Riesenhöhle, ich hasse Riesenhöhlen. Jetzt in der Kenia, guck mal, ich mein, so gerade Gänge wie da wachsen, also sind einfach nicht natürlich sowas da und sowas da. Oh, das ist der Hauptling. 36 Nahkampf. Oh, unsere hat diese schöne, das schöne Nachbrennen. Ich töte! Mann, oh, das ist auch noch schwierig, ey, ist doch doof. Mann, ey, total ohne Belang, jetzt in der riesigen Höhle, auf einmal ist der Orks, die uns aus irgendeinem nicht bekannten Grund angreifen. Komm, ich renne zu vorbei, aber auch. Aber du kannst mir hier nix. Komm, kannst du rumbrüllen wie der Silz ist mir hier. Mann, ey, komm, komm, ich so billig weg. Mann, ey, das ist ein Sch Não! Denen bisschen was machen, nö. die wirklich keine Fernkämpfer haben du nicht töten, du tot so, jetzt haben wir gleich hoffentlich geschafft das sieht gut aus was zur Hölle okay, dann würde ich sagen, was das Biest da hinten ist gucken wir uns dann im nächsten Partner ich hoffe, soweit es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal